Hier sehen Sie eine C-Außenkabine auf dem zweiten Stock mit Doppelbett. Die kann man, glaube ich, auseinanderschieben und kann es auch wieder zusammenschieben. Das ist immer verschieden. Kleiner Schreibtisch, Flatscreen, Getränke. Der Matthias. Matthias, grüß Gott, hallo. Wie gefällt es dir hier, Matthias? Mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Wir sind jetzt gestärkt vom Mittagessen, werden jetzt die Workshops anfangen und dann werden wir euch nach den Workshops noch weitere Sachen erzählen und berichten, die wir jetzt hier lernen werden über die Arosa. Bis später. Jetzt sehen wir noch das Bad, Dusche, Toilette und hier sehen wir schön das Bett. Und hier haben wir einen französischen Balkon. Du kannst dich zwar nicht raussetzen, aber man kann sich ins Bett legen und kann fahren und denkt, man hat einen Balkon und kann einfach rausschauen. Das ist halt mal was Schönes, dass man halt auch mal rechts und links sieht, wie, wo, was geht. Und wir haben jetzt verschiedene Workshops. Ich bin der Hubert und wir haben jetzt verschiedene Sachen, was wir jetzt durchmachen müssen. Heili, hallo. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch jetzt das Schiff und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit mir. Unten rechts einfach auf Gefällt mir drücken oder Favoriten. Und dann seht ihr meine weiteren Videos. Wir haben auch jede Menge, könnt ihr euch dann schön anschauen. Bis dann. Tschüss.